Hey Leute und wir kommen zu einem weiteren Part von Battlefield Bad Company. Im letzten Part waren wir in Südamerika. Ich hab's wieder vergessen. Sorry. Ist auch wieder ein paar Tage her. So jetzt gibt's ein paar aus dem Maul hier. Was denn ey? Und weiter die Panzerfaustziele ab. Dann ist alles Paletti. Oha. Überall Panzerfaust. Alter. Stirbt. Und du achtest auf Panzerfaust der Himmel. Seht zu, dass ihr sie trifft. Ich seh doch gar keinen. Hä? Die haben sich da oben versteckt. Ah, ihr kleinen Schweinchen. Ich will das kaputt machen. Oha. Oha. Bald kaputt. Bald kaputt. Los geht's. Sehr cool gemacht. Über den Parkplatz. Los, los. 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 Ich mach die Siege. Wenn ich beide ziehe, ist zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Jetzt wird gut. Müsste ja kaum noch jemand da sein. Wir haben sie ja so gut wie alle aus dem... Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr asynchron ist. Weil... Die, äh... Parts, die ich vorhin aufgenommen habe von... Äh... Samurai Warrior Empire. Die waren leider irgendwie... Aus irgendeinem Grund asynchron. Ich kann mir auch nicht sagen, warum. Deswegen, äh... Hoffe ich, dass das hier nicht der Fall ist. Neue Waffe. Ah, okay. Wir haben nur eine. Eine Schrotflinte auch noch. Oh. Munition. So. Hätte uns auch da oben absetzen können. Oh. Nein, nein, nein. Ihr wollt doch hier nicht. Oh, 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 oh. So. Wenn der jetzt noch steht, alter. Oh, mag's hier wohl cool sein, hä? Hier, gucken wir noch mal. Ach, wir müssen ja sowieso hier lang. Oh, ich liebe es. Was haben wir hier? Hier haben wir doch eine Waffe, oder? Okay, das ist nur C4. Hey, ihr mit euren... Alter, ist das jetzt der perfekte Ernst? Das müsste es sein. Wenn wir was anderes als Russen umnieten, können wir uns von dem Satelliten verabschieden. Oh, ich wusste es. Aber Tim tut es ja immer wieder herausfordern. Ich glaube, da oben war ja... Wollte grad sagen, nämlich, äh... Kein Plan. Scheiße. So, es sollte alles wieder aufbauen. Schnell da rein, bevor die jetzt unterkommen. Das müsste es sein. Wenn wir was anderes als Russen umnieten, können wir uns von dem Satelliten verabschieden. Ah, der hält sich fest. Wie geil. Das ist mein Geländer, das halte ich fest. Kann ich irgendwie Türen öffnen? So öffnet man Türen damals. Okay. Au, au, au. Äh, woher? Schleißt dich auch noch an, du Sau. Ach, die sind gespawnt oder wie? Gibt es denn sowas? Fertig. Wir sollten es jede Sekunde sehen können. Gut, dass das Ding so angeschlagen ist. So ist es leichter zu hacken. Ja. Gott schütze die Franzosen. Okay. Jetzt brauchen wir den Datenserver aus dem Inneren des Dings. Okay, er hat den geosynchronen Orbit verlassen und kommt näher. Das schaffen wir nie. Sagen wir Flynn Bescheid? Mhm. Ghost Rider hier, Redford. Satellit auf Crashkurs gebracht. Kannst du uns holen? Äh, bravo zu, hier Ghost Rider. Negativ. Von den Bergspitzen pfeift ein mörderischer Scherwind. Ich kann's nicht riskieren. Sorry man, aber so weit ich kann, kann ich euch holen. Ghost Rider auf! Oh, bitte. Hätte dieser Hippie-Pilot Eier in der Hose, würden wir jetzt an der Absturzstelle Margarita schlürfen. Richtig, ich hab Koordinaten für die berechnete Absturzstelle. Kommt jetzt. Okay. Gut, da ist er. Er ist nur ein paar Kilometer entfernt gelandet. Bist du dir da sicher? Herr Gitt, ich hab das Ding gerade punktgenau aus dem Orbit geholt, also bitte etwas Respekt. Ein wenig. Sarge, wir brauchen ein Fahrzeug. Alles klar, da drüben ist eins. Im Dorf gibt's sicher ein Fahrzeug, das wir uns leihen können. Leihen? Wo eher klauen. Und ich hoffe, ich muss nicht fahren. Das ist nämlich nicht so mein Ding. Boah, das war ein MG. Boah. Boah. Hat sich ausgepanzert. Bist du jetzt hurt? Und bleib unten. Wir sollten uns von der Hauptstraße fern halten und hoch auf die Dächer kommen. Wo ist Herrgeld und was habt ihr mit ihm gemacht? Sofort jemand an das beschissene MG. Au, au, au. Ihr mit euren dreckigen Schrotflitten, alter. Was haben die für eine Reichweite, ey. Okay. So. Das Ding macht ordentlich. Aua. Nein. Wo ist das? Oh, fährst das zum kaputt machen. Oh, sorry. Sorry. Ich halte nicht mehr viel aus. Oh nein. Nein. Gerade, wo ich nämlich weggehen wollte. Ich hoffe, es hat da gespeichert. Also, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder runterlatschen. Oh nein. Oh nein. Noch einmal wegholen. Äh. Stopp! Wir machen das auf der altmodischen Art. oleb. Äh, wie kann ich nochmal... Ah, so war das. Wieso habe ich mir jetzt die Mühe gemacht? Ah, und ich da vorn. Ich schieße auf die Fässer. Und wo sind meine Arme fürs Lenkrad? Das sieht ulkig aus. Keine Hände am Lenkrad. Und da hat EA ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen verschwitzt den ganzen Kram. Äh, wie kann ich jetzt nicht lenken? Was? Achso, ich wollte... Gott sei Dank, ey, habe ich das jetzt noch schnell gecheckt, ansonsten wäre ich weitergefahren in den Abgrund. Los, knall das scheiß Ding ab, ey. Los, jetzt. Mach die fertig. Ich hätte schießen sollen. Da wäre es um einiges besser. Da noch ein Heli, ey. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Wo bin ich hier? Oh, Alter. Ich dachte, jetzt wäre es wieder vorbei. Alter, warum schuppten die mich? Das ist ein Quatsch. Komm mir, ey. Habe ich geschafft? Das ist das schönste, was ich je gesehen habe. Ach, lasst uns einfach den scheiß Satelliten holen. Ja, den holen wir noch, oder? Ach, nee. Okay. Werde auch gleich erstmal den Part beenden, um nämlich nochmal sicher zu gehen, dass das Video nicht asynchron ist. So, Leute, da bedanke ich mich bei, dass ihr zugeschaut habt und, ja, hoffentlich seid ihr im nächsten Part wieder mit dabei. Also, haut rein und ciao! Untertitelung. BR 2018